Jetzt kommt zu einem neuen Video. Ich bin hier beim Secret 1 von Fragezeichen, weil es gibt, weil ich habe mehr rausgefunden, als ich wusste. Wir machen jetzt einen anderen Secret als den anderen mit dem Computer und so, Laptop meint ich. Und zwar zwischen 5 und 9 AM. Also ich bin jetzt schon seit 1 AM hier drin. Und Gebude müsst ihr zu Vogelscheuche am Zaun und dann die Schuppe rausholen und dann die ganze Zeit drauf drücken. Oder, also ich weiß, ich glaube man muss da drauf drücken. Und dann passiert was. Ihr müsst ganz genau zuhören. Ganz laut. Pass auf. Also ich drücke von 1 AM bis, ich glaube gleich bis 9 AM gleich. Ich glaube, weil es 7 AM passiert ist. Tsch, 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 tsch. Ne, noch nicht. Okay, 7 AM kommt dann so ein Ton oder so. Ich habe wieder ein Spicker auf meinem Laptop. Okay, die Sonne geht schon langsam hoch. Es hat, weißt ihr noch mit diesem einen Board, ähm, ähm, Secret Agent, da, 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 ähm, passiert, muss ich gleich euch noch was zeigen. Weil das, das Item, was wir jetzt kriegen, gleich, ähm, brauchen wir dafür. Okay, gleich müsst ihr, müsst ihr zuhören. Oh, meine, meine Hand tut schon weh. Weil ich bin ja auf Laptop und das, ach, auf Tablets. Schön wär's, wenn's auf Laptop, ja. Ähm, und dann muss ich die ganze Zeit drücken. Okay, jetzt, tsch, 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 tsch. Also, ich hab nix gehört. Da! Habt ihr's gehört? So eine Krähe oder Rabe hat gerade so, wie nennt man das? Gegrätscht, gegrätscht, und, ähm, und dann muss ich weiter boden bis 9 AM. Und hier müsste irgendwas dann passieren. Ich hoffe, man spreche, ja. Ähm, nicht wundern, dass irgendeine Sprache... Wer das kann, schreibt es in den Kommentaren. Ja, jetzt ist... Tsch, 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 tsch. So, wir müssen ein bisschen weiter... Meine Hand... Also, ich denke, man muss klicken. Mach ich auch. Also, ich mach besser klicken, als statt so zu warten. Oh Gott, also... Ich bin auf Discord. Äh, jemand hat mir grad was geschrieben. Äh, man hört dich nicht. Warte mal kurz. Hallo? Hallo? Ah, jetzt. Ja, das... Bin bei der Aufnahme, ne? Dein ELC-Servo? Nee, ich bin links, ähm, auf Brookhaven, weil ich mach grad das Secret. Ähm, wenn du auf meinem Kanal wärst, weil der... Du warst im Urlaub. Ähm, da hab ich ein Video hochgebracht. Okay, Leute, gleich ist, ähm, 9 AM. Ähm, und... Kann ich dann, ähm, mitmachen? Oh, schau, 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 Leute. Äh, du kannst mit, ähm, mit joinen, wenn's geht. Oh, wir haben... Wir haben jetzt so ne... Guck, da ist der Rabe. Hier ist ein Rabe. Ja, okay, ich geh. Und wir haben so ne... So ne... Schwarze... Schwarze Kikot. Ein Secret. Ist es. Und jetzt müssen wir, ähm... Zu Dings. Zum Secret-Verteck. Also, ähm... Zu den einen bei der Tanke, die... Das Secret. Huch. Ähm... Das hab ich auch in dem letzten Video gezeigt. Muss einmal kurz wieder meinen Spick öffnen. Dass ich weiß, was... Was ich danach muss. Kannst du mir bei dem Secret nachher helfen? Äh, ja... Ähm, ich... Denk daran, du brauchst, ähm... Du musst klicken, ähm... Und ne Schaufel schon mal, ne? So. Also hier, wenn wir hier drin sind, Leute... So. Dann kann man hier öffnen. Und hier ist irgendwas... Warte mal, wir machen mal... Da, bei H02 ist es rot. Und hier unten... Da kann man nicht drauf klicken, obwohl man klicken kann, da drauf. Ähm, wenn ihr mit der Maus geht, dann seht ihr es. Und alles ist... Ähm, so... Weiß, blau, rot auf einmal. Und X01 ist weiß. Und das ist weiß, ne? Wenn wir jetzt mit der Keycard... Hör zu. Hat sich was geändert. Wenn wir jetzt hier runterschauen, ist irgendwas. Ich drück da drauf, passiert nix. Keycard accepted steht da jetzt. Wenn wir jetzt das und dann das öffnen, ähm... Kommt ja wieder diese weiße Dinger. Und da wird jetzt der Text geändert. Wie, ähm, am letzten. Jetzt nehmen wir irgendein Fahrzeug. Oder, ähm, sowas. Und... Ähm, müssen dann zum... Polizeistation. Polizeipräsidium auch gesagt. Hoch. Und, ähm, gehen dann auf dem Dach. Äh, ähm, runter. Sorry, ich hab, ähm, Dings auf mein Spielkauf zu sehen. Was falsch geschrieben. Äh, gehen hier runter. Äh, öffnen die Zellen. Und dann... Äh, in dem Einzig wird... Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Hier oben. Ähm, wenn ihr einfach hier nur gegenläuft. Kommt ihr hier lang. Ich muss mal eine Taschennappe hier. Und dann... Ist hier was blaues. Okay, das können wir nicht öffnen. So, dann gehen wir wieder zurück. Wenn ich jetzt noch den Weg herausfinde. Ah, hier. Und dann, ähm... Ab zum da hinten. Ähm... Hier. Dann gehen wir einmal hier durch. Man braucht die Keycard dafür. Und hier. Zugriff verweigert. Jetzt gehen wir hier dran. Und geben... Euer User. Also... Ihr müsst jetzt... Wie heißt ihr zum Beispiel? Ähm... Irgendjemand. Ne? Also bei mir ist es ja Dings. Diesen Username. Passwort genehmigt. Und dann... Könnt ihr das. Low Faultation Main Offer... Okay. So, jetzt gehen wir wieder hier raus. So, und jetzt müssen wir langsam hier wieder hoch. Und gehen nach... Zum Rathaus. Rathaus in Townhome auch so gesagt. Kurz eine Abkürzung durchs Wasser. Man kennt's. Ich hätte mal einen Helikopter mitgenommen. Naja, hecka. Gehen dann hier. So. Gehen dann hier. Und aktivieren beide Sachen. Wenn die aktiviert sind, ist schon mal gut. Dann hat der User schon für euch das gemacht. Dann gehen wir wieder zurück. Hallo. Ich glaube, es hackt jetzt hier. So, dann gehen wir wieder zurück zu Tanko, dem Secret. Ähm... Und da... Pass auf, ihr habt jetzt... Ähm... Da ganz oben, das Weiße... Ähm... War weiß, ne? So was Beiges wie V08, ne? Das... Oben war das Gleiche. Jetzt ist es alles rot. Power Relay-on-A06. Okay. So. Und dann... Müsst ihr... Ähm... Schreiben... Euer Username. Oh, jetzt war es durch ein Dings... Ähm... Einen anderen Newsernamen aus Versehen eingeben. So. Machen wir das lieber aus. Dieses Passwort, was ich... Ach, warte mal. Mhm. So. Jetzt... Müssen wir einmal... Das ist zum Motto, da habe ich die Kasse schon mal vorbereitet. Ähm... Wir gehen jetzt... Ähm... Wieder... Pass auf, warte... Mal gucken... Ähm... Zum Krankenhaus. Hallo. So. Und jetzt ab zum Krankenhaus. Oh, Fatsch. So. Wir müssen wieder da oben hin. Wir müssen jetzt hier hin. Und in dem letzten Video... Ach, das ist unter uns. In dem letzten Video... Ähm... Da hat man ja gesehen, dass es geleuchtet hat. Das machen wir jetzt nochmal. Gehen wir zurück... Und sehen... So was. Ich werde einen Screenshot mal kurz machen. Ach, scheiße. Ja, schön. Schnell, 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 schnell. Okay, haben wir zu Glück. Okay, wir haben, glaube ich, sogar mehrere. Jetzt gehen wir zurück... Ach, ähm... Nicht zurück. Ähm... Jetzt gehen wir zur Bücherei. In dem letzten Video... Habe ich ein Buch... Ein Secret-Buch... Ähm... Euch gesagt. So. Ich gehe am besten ohne. Und jetzt hört euch hin, wer es nicht gehört hat. Letzte Folge. Irgendwas ist passiert. Jetzt gehen wir... Jetzt gehen wir... Ähm... Als Beschleunigung... Oder... Ähm... Wieder zurück... Ach, hier. Ähm... Hier hoch. Hier gibt es auch ein Siegfeld. Und dann... Hört zu... Die zweite Seite... Müsst ihr einklicken. Ach, mein Ohr. So. Jetzt... Ähm... Geht ihr... Wieder zurück. Und... Ähm... Ich beschleunige es ein bisschen. Wir gehen... Ähm... Zu Ranch wieder. Seehaus... Ähm... Gehen... Ähm... Hier hoch. Ich weiß nicht, ob es an den Ton kommt. Hier ist so ein Pfeil, ne? TS-Level 1 autorisiert. Jetzt... Ähm... Beschleunigen wir es. Gehen wieder hier hin. Und da wir das Buch haben, nehmen wir irgendein Zimmer. Und ihr seht es schon. Ähm... Hier... Ähm... Haben wir sowas. Ich weiß nicht, was das ist. Und wenn wir einmal in die Dusche gehen. Also wir können mal duschen. Kommt nicht nur males Wasser. Man sieht es kaum, warte. Da sieht man es noch schlechter. Nee, da kommt auf jeden Fall dreckiges Wasser. Und wenn wir... Ähm... Dings hier hingehen. Oder Bilderrahmen. Sehen wir hier noch nix. Ähm... Wenn wir das Licht ausmachen, sehen wir hier auch noch nix. Und wenn wir... So... Das Buch hier nehmen. Ist da ein... Ein... Dings. Ein... Text. Ganz klein. Hier. Dieser Raum... Dieser Raum... Raum... Ist... Von der... Future... Future... Back to the future. Ähm... Zurück in die Zukunft. Also es ist Zukunft. Also dieser Raum ist von der Zukunft. Da... Da frage ich mich... Ähm... Warte, wie schon... Oh... Nee. Ähm... Frage ich mich, ob hier überhaupt in die Zukunft kommt. Und irgendwie kommt man hier rein. Und sehen das. Ähm... Jetzt nehme ich ein Fernglas. Update. Weiß ich benutze einmal kurz Google Übersetze. Wo ist es denn dies jetzt? So. Wie viel Prozent sind? 9,3... Ähm... Ich weiß nicht. Warum? Bei mir wird die automatisch die Helligkeit weniger. Ja, ja. So. So. Jetzt gehen wir einmal kurz auf die Google Übersetzer. Was heißt auf Deutsch? Ja, jetzt muss ich auf Deutsch übersetzen. Ähm... Update. Okay, kennt man da. Aktualisieren. Ähm... Madison. Madison ist eine Person. Und... Possibly... 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 An... Older... An... Boy... Boy... Have... Escaped. Also ausgebrochen, so gesagt. Jetzt kommen auch... Your group. Also unsere Gruppe wahrscheinlich. Ah, nee. Grasp. Grasp. Again. And... Hiding. Among... Among... Was man kennt's. Ähm... Among the... Common... Common... People... The... Week. Mr. Bookhaven. Also der Ersteller von Bookhaven. So gesagt. Left. Also ver... Verlasst oder ging, so gesagt. Ähm... Jahren. Years. Jahren, glaube ich. Ähm... Agor. Agor. Agor, glaube ich. Ähm... And he's... People... Are now... Blind... Blinded... From... From the... To... To... Stay... Stay the course... And soon... We will... Have... Total... Power. So. Jetzt... Über... Jetzt machen wir... Ähm... Habe ich eines... Have... To... Power. Ja. Ausrufezeichen. Man muss... Update. Madison's und möglicherweise ein älterer Junge sind unseren Zugriff wieder ins Kommen. Und verstecken sich unter den einfachen Leuten. Der schwache Mr. Bookhaven ist vor Jahren gegangen und seine Leute sind jetzt... Sind jetzt von der Wahrheit geblendet. Bleiben sie auf kurz und bald haben wir die volle Power. Das steht also im Text. Okay. Jetzt muss ich auch mal kurz mein Spicker wieder... Nehmen. Also wenn wir... Wenn wir auf das Bild drücken... Kommt dieser Ton raus. Und wir können... Hier... Ich glaube, da steht jemand, oder? Ne. Wer wohnt hier? Schreibt es mal in den Kommentaren. Na, was scherzt du? So. Nachdem wir es gemacht haben, müssen wir einmal was... Ich schicke mir kurz was ein, da ich Lust habe. Ich bin nur so das Team, also deswegen. Ich bin nur so... Ich bin nur so... Ich bin nur so... Ach. So. Eigentlich wollte ich dir... Einen anderen Secret zeigen, aber auch egal. Jetzt gehen wir wieder zu den Tankstellen-Secrets und gehen dann machen das aus. Irgendwas? Hat jemand hier was gedrückt? Ne, ich mach lieber das lieber zu. Wir machen mal wieder lieber was an. Die Taschenlampe haben wir und wir brauchen kurz einen Hammer. So, wir gehen jetzt hier lang. Und hier sind Kisten. Top Secret ist das. Das ist wahrscheinlich Top Secret. Und wir gehen jetzt hier mit dem Hammer überall einmal hier hämmern. Boah, kann der mal ruhig sein. Der hat da draußen hängen. Geh mal ein bisschen... Ich glaub, da war was, oder? Die auf dem Pfand nehmen, ähm, Dings war. Also ich drück, ähm, hopp mal jetzt ein bisschen mehr drauf. Da ich nicht weiß, wie lange die ganzen Stream-Wollchen. So. 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 glaube ich, oder? Ja, oder? Ah, ne, doch nicht. Ah! Hier ist eine Kiste passiert. Guck, hier ist die Kiste weg. Oh mein Gott. Mehr? Also, ich weiß, glaube ich, noch was. Da ist das die nächste Kiste weg. Okay, gut, Sie wissen, ich muss es nicht gedrückt halten. Ich muss da nicht gedrücken. Ich warten wir jetzt einfach. Das Top Secret... Das Top Secret müsste, glaube ich, auch weg sein, weil es war jetzt das, das. Jetzt müsste, glaube ich, Mitte... Bitte, 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 bitte. Alter, wie das lange dauern. Wir sehen uns, wenn, ähm, wenn Dings ist, wenn das wieder da, wenn das wieder... Oh! Wenn ich den letzten Block habe. So. Wir sind wieder da. Und irgendwas ist passiert. Irgendwas ist passiert. Ihr habt es selbst gesehen. Ihr seid Zeugen. Das klappt mir bestimmt kein Mensch. So. Und jetzt, wenn wir... Wir nehmen wieder ein Fahrzeug, dass wir schneller sind. Weil es war so magisch. Habt ihr es... Ihr habt es safe gesehen. Und auf dem Bild habt ihr... Ähm... Dings habt ihr gesehen. Das ist so ein Portal. Wir gehen jetzt hier, weil hier ist auch ein Secret, ne? Und... Wir haben das Portal! Wir haben das Portal gefunden. Oh nein, ist das creepy. Was ist jetzt passiert? Was kann man jetzt hier machen? Was kann man jetzt hier machen? Also, schaut mal hier... Irgendwas ist das. ich werde jetzt aufnahmen ist zum beispiel hallo wir gehen jetzt wieder zurück und gehen zur schule hallo hast du mich oder ist jetzt jemand anderes noch im talk so jetzt ab zur schule wo laufe ich denn jetzt sind ouch mein kopf so wir gehen jetzt auf den skateboard hallo so hoch und jetzt einmal hier brauchen wir einmal den schlafsack nicht den ballon obwohl beim ballon gratis tag falsch herum ich glaube das war die falsche seite das kann sein se warte mal kurz Warte, ich warte mal ein bisschen, das ist noch vorne, hier so glaube ich. Und hier sieht man das Badezimmer, also so gesagt ein Bug-Using und da ist ja noch ein paar Dings. Und wir werden glaube ich in der nächsten Episode, weil ich bin schon eine halbe Stunde auf Aufnahme, und ich hoffe, wo geht's hin? Durch das Portal. Also wir waren im Portal, da passierte nichts. Beim Badezimmer, irgendwas, wenn wir die Stadt so machen, also hier schaut, ich glaube man sieht den Schlafsack, hier drückt man gar nicht. Also ich hab den auch gelöscht. Ähm, ist Dings, das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Episode machen. Ich werde jetzt den Homeland, also den JLG, dieser Username, werde ich jetzt ein paar Sequels nochmal hier zeigen, die wir in der letzten Folge gemacht haben und welche, die wir heute gemacht haben. Also bleibt auf jeden Fall dabei dran, ähm, die nächste, hoch die nächste, die nächste Folge können wir vielleicht auch noch mit JLG so aufnehmen. Vielleicht, wenn der Zeit hat, ich weiß ja nicht, wann er wieder on ist und Zeit hat wieder. Dann kann er mitmachen, da er wieder auf dem aktuellen Stand ist. Ja und in dem Fall würde ich jetzt ab hier beenden und in der nächsten Folge, äh, geht's weiter. Lasst ein Abo und ein Like da, wenn ihr nichts verpassen möchtet, wie es hier weiter wohl geht. Und, haut rein Leute und ciao!